Musik Steig ein in die Formel 1 auf Eis. Spüre die Faszination Eiskanal. Spannung, Tempo und Adrenalin. Eine eiskalte, explosive Mischung. Mit dir wollen sie Erfolge feiern. Die Bob-Unior-Teams des Olympiastützpunktes Winterberg brauchen Verstärkung. Für den Erfolg arbeiten unsere jungen Piloten und Anschieber präzise und konzentriert das ganze Jahr. Die Arbeit am Renngerät ist bei uns Teamwork. Das Sommertraining beginnt im April. Komm, 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 komm. Wenn du dabei sein willst, solltest du zwischen 18 und 23 Jahre alt, schnell und stark sein. Auf geht's, kommt jetzt. Leichtathleten haben bei uns gute Chancen, aber auch Sportlerinnen und Sportler aus anderen Schnellkraftdisziplinen sind willkommen bei den Winterberger Bob-Junior-Teams. Kämpfe mit uns um Bruchteile von Sekunden auf deutschen und internationalen Bobbahnen. Bei uns hast du die Chance aufzusteigen in die Winterberger Weltcup-Teams. Der Ex-Weltklasse-Bob-Pilot René Spies gibt als sportlicher Leiter im NRW-Landesverband sein Wissen weiter. Wie hier beim Starttraining in Winterberg. Bis du 26 Jahre alt bist, kannst du als Junior starten. Also, alles klar? Bist du bereit für die NRW-Bob-Junior-Teams? Okay, abgemacht. Wir freuen uns auf dich. Wir treffen uns an der Bobbah. In Winterberg!